Und sie ist in vollem Gange, die Fantasy-Vereinsliebe. Jede Menge Vereine haben sich beworben, wir sagen vielen lieben Dank dafür. Und ganz ehrlich, eigentlich hätte es jeder von euch verdient gehabt, aber natürlich mussten wir ein bisschen aussortieren. Die Fantasy-Jury hat gemeinsam mit der LEW 20 Vereine ausgewählt. Und das Beste daran, jetzt seid ihr dran. Jetzt dürft ihr voten auf fantasy.de eine ganze Woche lang. Da darf wirklich jeder mitmachen, ganz egal, ob ihr in einem Verein seid oder auch nicht. Und wenn ihr votet, soll das euer Schaden auch nicht sein, denn unter allen, die abstimmen, verlosen wir ein iPad. Also jetzt online gehen fantasy.de und hier stellen wir euch einen Verein vor, der es in die Top 20 der Fantasy-Vereinsliebe geschafft hat. Die Radio Fantasy Vereinsliebe. Das sind unsere Vereine im Fantasy-Land. Heute der Turnverein Augsburg 1847 e.V. Bei uns passiert ganz, ganz viel. Wir haben Kinder ab drei Monaten bis Senioren bis 90 Jahren bei uns im Haus, die alle gemeinsam zur selben Zeit Sport treiben können. Von hier in Jutsu bis Katerhockey ist bei uns alles mit dabei. Von TK bis zu Reha-Sport. Warum denkt ihr, dass ihr die Fantasy-Vereinsliebe gewinnen werdet? Weil wir nicht nur für unseren eigenen Sport stehen, sondern weil wir generationenübergreifend kommunizieren. Das heißt, jeder steht für jeden ein, jeder hilft beim anderen mit, egal welches Event ansteht, selbst wenn es nicht seine eigene Liebe ist. Es geht darum, eben den gesamten Referein nach vorne zu bringen. Deswegen ist es einfach ein großer Treffpunkt für alle Generationen. Eine lustige Geschichte aus dem Vereinsleben? Ich habe einer Kundin eben Kniebeuge gezeigt und dann war es mir leider die Hose explodiert. Also natürlich genau da, wo man es als Mann eher ungern hat. Euer Vereinsmotto. Fitness, Gesundheit, Sport. Für diesen und alle anderen Vereine votet auf fantasy.de. Die Radio Fantasy Vereinsliebe. Natürlich gepowert von euren Lechwerken. Wir fördern in unserer Region Kultur, Sport und soziales Leben. Regional engagiert LEW. Die Radio Fantasy Vereinsliebe. Ein Kampf um Ruhm, Ehre von 2500 Euro. Euch winkt ein neues iPad. Und 20 Vereinen in und um Augsburg winkt neben Ruhm und Ehre eine nette Finanzspritze. Wir suchen ja den Verein mit der größten Leidenschaft und dem stärksten Teamgeist. Und ihr helft uns die Teilnehmer für die Endrunde der Radio Fantasy Vereinsliebe zu finden. Votet euren Favoriten. Zum Beispiel den Turnverein Augsburg 1847, den Jugendclub Friedberg, die DJK Göggingen, den Reit- und Fahrverein Donauwörg Mertringen oder eines der anderen Teams. Verratet uns, wer weiterkommen soll. Sichert euch mit Glück ein neues iPad und klickt fantasy.de. Die Radio Fantasy Vereinsliebe. Natürlich gepowert von euren Lechwerken. Wir fördern in unserer Region Kultur, Sport und soziales Leben. Regional. Engagiert. LEW.